Oh Gott! Erleicht! Okay, die leeren könnten wir eigentlich wegschmeißen. Jetzt haben wir schon wieder keinen Platz. Doch, einen Platz haben wir noch. Scheiße! Nimmten da auch immer so viel Platz... Kraft. Vielleicht ist da jetzt ja die Kelskiste. Oh, was haben wir denn da? Naja, Makeshift-Round brauche ich momentan nicht. Danke! Wie hier einfach keine Kiste ist. Gibt's doch nicht. Nun ja, okay. Dann schmeiß ich die hier erstmal weg. Okay, zack. Und raus hier. Da wollen ja erstmal übrige Munition loswerden. Gibt's hier was? Was wichtig ist, was mir meine Reise weiterhelfen? Vielleicht, wenn ich was einpacken könnte. Auch nur wenn. Vitamine. Und Naschen. Tabletten. Und... So, stadtgeil. So. Den packe ich ein. Ess den direkt. Joa, dann könnte ich eigentlich noch den essen. Ja, lass uns hier erstmal gut gehen. Scheiße auf die anderen hier. Die haben schon genug gegessen. Geht's Zeit, dass wir was zu trinken. Zu uns nehmen. Das ist unser Charakter aber auch nicht aufs Klo muss. Von außen sieht die Animation falsch aus, aber zu hundert Prozent. Okay, so kann man so gut wie gar keinen Schaden machen, wenn man... ... Okay. Du? Du. Ihr kommt mit. Hallo. Kann ich die irgendwie weiterhelfen? Pfff. Okay. Der ist müde. Ja, der hat mit roter Farbe hantiert. Und... Dann ist er hingefallen. Die Dose ist geplatzt. Da muss man aber nochmal an der Kollision arbeiten. Deine Collision Bugs. Ich immer mit mein Fachlatein. Ich kann da ja auch nicht immer was zu. Hier wird das 8-mal-Scope. Ach, die sind ja respawned auch. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich? Ja, ich glaube. Ey. Du bist tot. Ich glaube, ich muss mir allmählich mal ein Bloodbag gönnen. Back of some A, B, A, B & O Blood. Okay, also das ist Mischling. Blut. Das ist gemischtes Blut. Nicht Mischling. So. So. Wie sieht's aus mit meiner Xperience? 187. Das klingt doch schon mal hervorragend. Fasteriloa-Ding. Ja, so. Das haben wir jetzt voll alles. Dann gehe ich jetzt mal auf Personal Defense. Und fülle hier alles nach und nach auf. bis wir halt der ultimative Überlebensexperte sind. Missing Space. Missing Space. Missing Space. Okay. Okay. Ich baue mir mal eine Basis in der Feuerwache auf. Feuer. 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 So. Okay, vielleicht hätte ich das besser platzieren sollen. Hier so ganz in die Ecke. Verdammt! Wir stoppen das Teil mal. Erstmal. Weil wir haben ja noch nix. Ey, ich könnte hier eigentlich mal Garagentore hinmachen, oder? Ähm. Hier so. Maple. Oder Metal Gate. Nein. Hier den. Dann brauche ich wieder mehr Metal Scrap. Okay, ähm. Hier war das, ne? Hier habe ich die fallen gelassen. Ja. Und aus denen? Wie mache ich denn jetzt? Wie? Wie mache ich denn jetzt? Oh, hier wird es gerade richtig warm. Das ist so eklig. Bei mir. Aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der sich beschwert. Och, nö. Wir brauchen eine Handsäge. Das gibt's doch nicht. Ach. Man. Fuck my life. Wehe, da ist keine Handsäge im Hardware-Shop. Hammer. Handsäge. Danke dir. Hier. Okay. Wird da vielleicht jetzt angezeigt. Maple Crate. Geil. Aber jetzt mache ich mehr. Maple Fortification. Okay. Die Textur muss noch gemacht werden anscheinend. Maple Plank. Metal Scrap. Okay. Nee. Ich brauche Platz. Das hier sind... Ich habe zwei Stück. Fah. Fah. Na gut. Erstmal lassen wir ein bisschen was droppen. Den hier verwende ich sowieso nicht mehr. Jetzt habe ich hier einen Honey Badger. Hier sortiere ich mal ein bisschen. Den verwende ich sowieso nicht. Kann auch raus. Ey. Äh. Cloth. Kann eigentlich auch weg. Den packe ich da hin. Den da. Den hier. Und den da. Das war halt da oben. Den da. Den da. Und... Blatt. Wir haben jetzt eigentlich genug Platz, oder? Zwei können noch rein. Perfekt. Ich mache das auch noch. So. Äh. Oh. Man. Oh. Ich brauche den hier unten hin. Und nehme den leeren da oben hin. Bitte rein. Den. Na. So. Reicht. Okay. Da brauchen wir jetzt noch ein paar Planks. Ach. Ja. Planks. 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 Dafür nehmen wir dann wieder unsere... ...alle... 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 ...unsere liebe Axt. Ich kann nicht reden. Diese Axt ist echt die beste. Wir machen hier jetzt erstmal das Bäumchen kaputt. Ach. Und ich sehe. Die Folge ist gleich vorbei. Äh. Die Session. weiter. Ok. Kraft. Ach Gott. Wo war das denn jetzt? Ach Gott. Ach Gottchen. Hier. Irgendwo vielleicht? Nö. Hier. Nein. Hier. Irgendwo. Ja. So ist das geil. Ok. Struktures. Ne. Hier. Ok. Jetzt bin ich überqualifiziert und brauche noch einen einzigen... Ich hoffe mal, dass da im Hardware-Müll was ist. Sonst müssen wir das echt auf die nächste Folge verschieben. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Ah, hier. Ok. Craft. Wunderbar. Los. Ja, wo kommt der hin? Ja, wo kommt der hin? Genau in unsere Basis. Hier hinten hin. Ich werde die auch nach und nach ein bisschen sichern. Wunderbar. Hier können wir unsere Autos jetzt auch parken. Und wir haben uns jetzt noch ein bisschen mehr Metal Scrap. Hier ist noch einer. Wir nehmen uns jetzt noch hier die Colt. Craft. Zack. Und Colt. Weg mit dir. Jetzt haben wir wieder zwei Metal Scrap. Und jetzt noch... Wo war der? Da. Jetzt haben wir uns die. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack. Und verwenden die für... Ihr habt zu raten. Für ein zweites Törchen. Wunderbar. Leute. Als nächstes ist eine Tür dran. Und dann halt noch die Fenster. Verbarrikadieren. Aha. Lauf. Lauf. Geh, ich folge. Die Folge. Aber ganz ehrlich, was braucht man denn für eine Tür? Wird uns jetzt nicht angezeigt, weil wir keine... Weil wir kein Holz haben. Okay. Dann geh ich mal wieder Holz holen. Ich wünsche hier gäbe es Fahrräder. Ganz ehrlich? Fahrräder wär doch toll. Dann noch so ein... Metal Strap und... Metal Bar. Dings. Wie heißt das? Rezept. Dafür. Extra. Ah ja. Okay. Vier Metal Scrap. Oh Gott. Alter. Hm. Okay. Machen wir mal. Hier wieder. Den hier. Oh, scheiße. Fuck. So. Wenigstens können wir jetzt... dass wir da reverten, sag ich mal. Es war 3, 4, 5, 6. Craft. Hier. 5. Oh, ich hab noch 5. Ich hab falsch gezählt. 4. Okay. Wie viel krieg ich eigentlich aus dem Crossbow? Den verwenden wir ja eh nicht. Weil wir jetzt den Honey Badger haben. Drop. 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 Missing Space natürlich. So. Craft. Hier. Vier. Okay. Danken wir später. Craft. Hier. Und ne Tür. Hier. Und ne Tür. Ich bin glücklich. Hier. Dann halt noch die Fenster. Das geht... Wo war das? Ich glaube, wir brauchen wieder Bretter dafür. Na gut, die Fenster sind dann in der nächsten Folge dran. Beziehungsweise in der nächsten Session. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Unturned. viel Spaß euch noch im Leben und am Tag und in der Woche, im Monat, im Jahr und bei den nächsten Neujahrsvorsätzen, wie auch immer, halten wir uns alle eh nicht dran. Und ja, ich sag mal, tschüss. 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 Tschüss.